Liebe Kuckuck TV Zuschauer, wir sind heute in der ersten WG im Ländle in Baden-Württemberg, die WG Gemeinsam statt Einsam. Die WG wurde vor fast 20 Jahren gegründet. Wir sprechen heute mit den Gründerinnen der WG, engagierte Angehörige, mit der Koordination, mit der Teamleitung und lassen Sie sich überraschen, wie eine WG nach 20 Jahren immer noch fest auf beiden Beinen steht. Ich war vorher unter dem Großen und da war es nix. Also mir hat es gefallen. Da gefällt mir es zehnmal besser. Das Essen, sehr gut. Die kochen jeden Tag frisch. Das ist wichtig. Es war eigentlich meine Mutter war der Anlass. Sie ist damals einmal Demenz erkrankt und ich war halt in dem Alter noch so klassische Familienphase. Meine Kinder waren damals beide noch im Kindergarten und mir war dann eigentlich immer klar, weil ich das eigentlich wusste von meiner Großmutter her, die auch schon Demenz hatte, dass ich das einfach nicht stimmen kann. Und ich habe dann in dieser Zeit irgendwann mal in Kirchheimer Presse gelesen, da kam ein Artikel über die Berliner Wohngemeinschaften. Und damals habe ich mir gesagt, also genau das wäre es für meine Mutter. Das wäre das Richtige für sie. Und ich musste dann aber noch ein paar Telefonate feststellen, dass es sich weit und breit hier nicht gibt. Habe ich dann aber trotzdem irgendwie auf den Weg gemacht, weil es mich nicht losgelassen hat. Und da stießen dann Frau Grimmert, Frau Vogel und die Frau Krehl damals dazu. Wir haben einen Verein erst einmal gründen müssen, haben wir ja auch noch nie vorher gemacht. Das war dann 2003 und hat dann nochmal zwei Jahre gedauert. Und wir konnten dann 2005 starten mit der WG. Es geht ja um geteilte Verantwortung, deswegen eigentlich meine Hauptaufgabe ist wirklich eher Moderation und Koordinierung. Wir haben ja verschiedene Gruppen, die ich zusammenführen musste. Und das einfach nach dem Konzept der Wohngemeinschaften auch gelebt wird. Das sind zum einen natürlich die Bewohner selber, die Angehörigen. Dann sind es der Verein, der Vorstand, dann gibt es natürlich die Ehrenamtlichen und es gibt natürlich auch den ambulanten Dienst. Und die alle zusammenzubringen, sodass sie gemeinsam mit den und für die Bewohner einfach da sind. Ich bin jetzt zehn Jahre hier in der Wohngemeinschaft für Demenz. Ich habe ganz einfach als Quereinsteiger damals hier begonnen. Ich habe dann einige Fortbildungen gemacht, dann auch später der Betreuungsassistent. Und ich schätze hier einfach die familiäre Atmosphäre, die man hier hat. Den Umgang mit den Bewohnern. Einfach die Wertschätzung, die man auch zurückkriegt. Mir gäbe es nicht nur Wertschätzung den Bewohnern, sondern wir kriegen auch sehr viel Wertschätzung zurück. Und das ist das Schöne, wenn man dann am Ende vom Arbeitstag nach Hause, man geht immer mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja, mir hat es wirklich mit liebe Menschen zu tun. Kommen denn Menschen zu Besuch? Ja, die Freundin von der Nadja, Steffi. Die hat mir den Schneemann mit den Wolken und den Schneesternen mit der Steffi gebastelt. Und der Schmetterling hat sie zusammen mit der Xenia, die Tochter von der Steffi. Und den Schneemann da oben, den hat sie mir geschenkt. Das ist ein bunter Schneemann. Da habe ich mich gefreut. Der Alltag in der WG ist jeden Tag anders. Es gibt keinen Alltag. Morgens beim Frühstück gibt es schon eine Dame, die sehr gerne am Tisch deckt. Und dann holt man einfach das Geschirr und Marmeladegläser rüber. Eine Dame legt sehr gerne die Wäsche zusammen und das besteht sie auch drauf. Und wehe, das möchte man jemand anders machen. Also es gibt hier immer was zu tun für die Bewohner, wo man einfach auch die Ressourcen nutzen kann, dass sie noch lange halten. Ich denke, die Bewohner profitieren davon im Gegensatz zu einem Pflegeheim. Meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt und ist dann auch langsam dement geworden. Und sie hat eine Leine gelebt. Und dann ist sie aber im Winter gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und dann haben wir gesagt, sie kann ja auf keinen Fall in ihr Haus zurück. Und da war ich schon dabei beim Organisieren. Aber wir haben halt natürlich noch nicht angefangen gehabt. Und dann musste ich sie doch noch ins Heim geben. Und im Heim habe ich dann nochmal vollends festgestellt, dass das nicht das Richtige ist für meine Mutter. Und damals waren sie auch noch nicht so weit mit der Demenz. Und es war einfach nicht die richtige Unterbringung. Deshalb ist sie dann nach einem Jahr, wo wir angefangen haben, umgezogen in die WG 1. Und dann mit sieben anderen wohnen ist natürlich nicht einfach. Aber sie hat sich dann auch ganz gut mit den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen verstanden. Und sie war einfach gut betreut. Und auch zum Schluss, als es dann zu Ende ging, war sie im Krankenhaus. Und dann hat damals der Arzt gesagt, also jetzt werden langsam die Organe versagen. Und ich kann sie aber gerne nochmal in die WG zurückbringen zum Stauben praktisch. Und dann haben wir das gemacht. Und schon, als man sie wieder in ihr Bett gelegt hat, hat man gemerkt, jetzt ist sie wieder daheim. Und so war auch für mich das eine richtig gute Erfahrung, meine Mutter sterben zu sehen, wo man denkt hat, jetzt ist es auch gut. Mitreden zu können, als Angehöriger mithelfen zu können, nicht die Verantwortung ganz abzugeben. Das macht auch als Angehöriger ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann meine Mutter besucht habe, dann bin ich entweder mit schweren Beinen zur Tür rein und mit noch schwereren Beinen wieder raus. Sondern ich wusste, sie ist super aufgehoben, nicht super betreut. Und das wünschte ich, dass die WGs weiterhin bestehen, dass sich noch einige neue bilden. Und dass ich mal, sollte ich an Demenzerkranke, irgendeinen Platz finde. 20 Jahre WG. Sie haben einen Einblick gewinnen können. Und jetzt drei Informationen. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen möchten, dann abonnieren Sie KuckuckTV. Mit der Glocke bekommen Sie Nachrichten. Und vor allem, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann geben Sie uns ein Like. Bis zum nächsten Beitrag. Tschüss.